Hallo Sammlerfreunde! Herzlich Willkommen zu Fatality's Take, Toys & Merchandise. Herzlich Willkommen zurück an der Retro Bar in der Videothek. Der Typ mit der Schemanski Jacke und dem 3 Tage Bart begrüßt euch. Sammlerfreunde, ich wurde immer wieder mal gefragt. Bei euch müsste doch hin und wieder auch mal Kameraeinstellungen und Szenen unter den Schneidetisch gefallen sein. Und das stimmt. Ich habe mal ein bisschen durchgeguckt und habe ein paar Sachen herausgesucht, wo wir in Filmen oder Sendungen nie verwenden konnten. Entweder war das Material zu kurz oder wir hatten nicht genug Themen für eine Sendung zusammen. Und es wurde dann praktisch gefilmt, geschnitten und archiviert oder sonst irgendwie eingelagert. Und da möchte ich euch heute ein bisschen was zeigen. Unter anderem werdet ihr heute ein Alien-Monster von Kenner sehen und an den Robocop. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rüber ins Archiv und gucken uns mal ein paar Sachen an. Das Archiv habe ich sauber gemacht. Aus dem zweiten Aliens-Film aus dem Jahre 1992 mit sechs Jahren Verspätung, die Flying Alien Queen. Erworben habe ich dieses schöne Stück in den 90er Jahren in Frankreich. Interessant fand ich, dass der Text des Aliens war nicht wie üblich auf der Karte angebracht, sondern am Seitenrand von unten nach oben. Die Alien-Figuren erwiesen sich als sehr beliebt, deswegen kam auch eine riesengewaltige Anzahl an Alien-Monstern heraus, die in dem Film so nie vorgekommen sind. Die Karten sind wunderschön gestaltet, also echter Hingucker. Ursprünglich wollte man ja Figuren zum Film Alien 3 herstellen, aber der war nicht ganz so gut und Alien 2 war ja sehr actionlastig. Deswegen nahm man einfach für den Alien 3 Film Figuren von Alien 2. Die Figuren waren bei uns teilweise sehr schwer zu bekommen. Mit Greifklauen und schlagenden Flügeln. Beigepackt war auch bei jeder Figur eine Trading Card. Interessant ist auch, der Film Alien 2 ist ja ab 16 Jahre, wurde nebenbei gesagt auf VHS als ungekürzt gibt und die einzigste Version mit 157 Minuten. Und die Figuren waren ab 6. Sehr schön sind die Flügel. Leider kann ich euch das gute Stück natürlich nicht auspacken. Ich habe es ja schließlich fast 30 Jahre original verpackt gelassen. Gerade die ersten Alien-Filme und die ersten Predator-Filme fand ich wirklich sehr sehr gut und sehr unterhaltsam. Vor allem mit Sigourney Weaver. Den ersten Alien vs. Predator-Film fand ich auch genial. Habe ich mit meinen Kumpels damals im Kino gesehen. Wann war das? 2004. Zum ersten Alien-Film erschien ja eine 30cm Figur. Die ist heute ein sehr gefragtes Sammlerstück. Wollte als Kind keine haben. Heute legt man Originalverpackter für ein Tausender hin. Das Alien war eigentlich auch das erste richtige Alien, wo wirklich nicht aussah wie ein Mensch, sondern komplett anders da war. Und das waren auch Außerirdische, die einfach nur böse waren. Die konnte man reihenweise abknallen, wie in Alien 2. Da gab es auch ein gutes Spiel für die Commodore 64. Und später gab es auch noch ein paar andere Spiele, zum Beispiel für die Playstation 1 und für das Sega Saturn. Hirn aus, Waffe an. Die Firma Kenner hat also wirklich ein paar sehr schöne, außergewöhnliche Stücke geschaffen. Die Rückseite der Karte ist natürlich besonders interessant. Fast schon im Stil der alten Kenner-Toys, wo alles hinten aufgelistet ist, als Checkliste. Heute ist diese Toyline eine sehr gefragte Sammlerserie. Und die erzielen auch entsprechende Preise. Aber man muss auch dazu sagen, ich erinnere mich noch, in den 90ern waren die auch seinerzeit sehr gefragt. Dadurch, dass die Alien-Monster sehr gefragt waren, da haben die Designer kräftig die Fantasie spielen lassen. Also ich meine das Bull-Alien, Scorpion-Alien, Gorilla-Alien, Snake-Alien. Ich glaube, keins davon kam jemals in einem Alien-Film vor. Aber es beschert uns sehr viele äußerst interessante Sammlerstücke. Und mal ehrlich, die sehen doch richtig geil aus. Hier sehen wir auch unsere Flying-Alien-Queen und Queen-Face-Hacker. Ah, die andere Alien-Queen, ganz rechts im Bild, die habe ich damals in dem Film Ungelöste Fälle Folge S verwendet. Haben wir damals 1997, 96 rumgedreht. Weiß gar nicht mehr. Und die spielte dann wirklich ein Alien in einem Reagenzglas. Es gab natürlich auch jede Menge Action-Figuren. Allen voran Lieutenant Ripley. Und die Marines, die wir im zweiten Alien-Film waren, die wurden Stück für Stück gefacehackert. Lieutenant Ripley, Corporal Hicks, Sergeant Apone und Drake. Und unten steht etwas, was ganz interessant ist. Viele der Figuren waren von vornherein nicht in Deutschland erhältlich. Angeblich bekamen die damals keine Zulassung, weil sie zu brutal waren. Aber mal ganz ehrlich, so schlimm sieht der auch nicht aus. Vor allem, weil es einer der wichtigsten Charaktere war. Das gleiche Schicksal hatte auch Drake. Okay, der war ja eher eigentlich ein Nebencharakter. Aber auch der, ähm, tja, war nicht erhältlich. Bishop on Attacks Disguise. Aber ich finde es schon interessant, die gesamten Alien-Monster, wenn ihr da mal hochschaut, die bekamen eine Zulassung. Aber diese beiden Figuren mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht. 1992. Von der Firma, die uns einst die Star-Wars-Figuren bescherte. Kenner. Okay, die Figuren sind schon noch ein bisschen im Design der 80er Jahre. Aber mit der Technik der 90er, was ich so toll fand. Robocop. Nukleareinsatz von Toy Island. Die Spezialeinheit der Polizei. Erschied ist diese Toyline zur Fernsehserie. Die Geschichte von Robocop ist ja bekannt. Äh, Murphy, so heißt eigentlich Robocop wirklich, wurde bei einem Polizeieinsatz so schwer verletzt, dass man praktisch sein Gehirn in einen Robot-Körper verpflanzte. Und so entstand Robocop. Und als Kampfroboter sorgte er für die Polizei von Detroit für Recht und Ordnung. Robocop zeichnete damals ein sehr düsteres Bild von der Zukunft. Viel Armut. Die Welt wird im Endeffekt von einem Konzern beherrscht. Und die Polizisten und auch der Robocop unterstehen im Endeffekt diesem Konzern. Gerade in den 80er Jahren war es ja oftmals üblich, aufgrund der nuklearen Bedrohung ein düsteres Bild von der Zukunft zu zeigen. Robocop war damals in Deutschland so beliebt, dass es sogar eine eigene Karte für uns den deutschen Markt gab. Robocop. Hier sieht man auch, wann Robocop spielt. Im Jahre 2025, also in ferner, ferner Zukunft. Oben in der Mitte das Firmenlogo OCP. Die unglaublichen Abenteuer von Robocop. Was ich jetzt hier auf der Rückseite der Karte toll finde, die Figuren wurden nicht einzeln dargestellt, sondern in Form eines Zeitungsartikels. Nukleareinsatz, der fliegende Roboter und der Unterwasser Robocop. Stammt aus dem Jahre 1995, damals 30 Jahre in der Zukunft. Oh Gott, kam uns das damals lange vor. Naja, jetzt ist es nicht mehr so lang. Ursprünglich kosteten die Figuren mal 19 Mark 99. Beigepackt war auch noch dieser kleine Drohnenpanzer. Die Waffe von Robocop war cool. Die hatte er im Bein drin. Da gab es so ein Mechanismus. Da öffnete sich das Bein und da konnte er die Waffe einsetzen. Es gab auch einen Ersatzhelm. Hier haben wir ein Kinderüberraschungseier-Präsentationskoffer mit Display. Aus Holz hergestellt, nicht aus Pappe oder Kunststoff. Hier habe ich jetzt das gute Stück mal aufgefaltet und wir schauen gerade mal rein. Beginnen wir mit der rechten Seite. Aha, das Ei. In jedem siebten Ei. Oh, ganze Generationen sind damit aufgewachsen. Die Garage kann geöffnet werden und man kann eins der vielen, vielen Kinderüberraschungseier-Autos da unterbringen. Oder sogar mehrere. Auch die Türen kann man öffnen. Komplett aus Pappe. Sehen wir uns jetzt die Überraschungsei-Werkstatt an. Pardon, Überraschungswerkstatt. Coole Idee. Im unteren Bereich befindet sich der Flughafen. Der Flughafen der Vergleich von Pappe. Ich finde das Flussака immer noch gut. Das heißt, der Flughafen ist in den Türen. Jetzt einfach wieder ein Fluss. Ich möchte das細 jetzt nicht finden, werten Wacken. Und da dort ein Amts! Wir kommen noch an den Aufgang und wieder fokuse. Oops. Daher fokuse. Der linke Bereich umfasst den Zoo, den Bahnhof und die Lagerhalle. Sehr schön finde ich, wie das ganze Dach hervorgehoben ist und sehr schön sich in das Playset einfügt. Auch eine sehr gute Idee, die vielen Ausbuchtungen, wo man seine Kinderbrach und seine Figuren reinstellen kann. Hier kann man alles schön öffnen. Und hier sehen wir die Feuerwehr. Zu guter Letzt sehen wir uns jetzt die Lagerhalle an. Und hier sehen wir uns jetzt die Lagerhalle. Der Traktor mit Anhänger und zwei Beipackfiguren. Dieses Set kostete 5,99 Euro. Insgesamt 165 Teile. Traktor mit beweglichen Schutzblechen und Lenkrad. Mit koppelbarem Anhänger sowie Susanne und Holger. Wieder mit ausführlicher Anleitung für den Aufbau. Der Anhänger kann ohne weiteres entfernt werden. Ich muss jetzt gerade in den Landwirtschaftssimulator denken. Meine Güte, wie viele Stunden habe ich mit dem verbracht? Ja, das sieht echt cool aus. Guckt euch mal die Räder an. Jo. Damit kann man durchs Geländer düsen. Ich war aber als Kind ganz schlau. Ich bin mit meinem Fahrrad in eine Wiese reingefahren und hat es zuvor stark geregnet. Leute, ich habe ausgesehen. Schutzbleche sind beweglich. Also für die 5,99 Euro kriegt man viel geboten. Ich habe wie immer die Aufkleber weggelassen, weil die oft über mehrere Bauelemente gehen. Ich muss ja auch ein bisschen meckern. Das einzigste, was ich störend finde, ist hier das Auspuffrohr. Das geht sehr leicht ab. Der Anhänger ist auch sehr schön gemacht. Kann man schön runterklappen. Die Räder, vor allem gerade hier das Schutzblech, das sieht sehr gut aus. Also hier wurde auch nicht mit Bauelementen gespart. Sorry, ich muss immer aufpassen, dass ich einen gewissen Begriff nicht benutze. Sehr viele Bauelemente. Auf einem so kleinen Fahrzeug, das macht auch wirklich einen sehr guten Eindruck. Ja, man kann auch ein bisschen kippen. Runterklappen auf beiden Seiten. Hier sehen wir jetzt die beiden Beipackfiguren Holger und Susanne. Es wurde ein Display beigepackt, wo man eine Figur schön ins Regal stellen kann. Beginnen wir Ladies First mit Susanne. Wie auch bei den anderen Sets, wurde auch hier ein extra Paar Hände beigepackt. Und hier sehen wir jetzt Holly oder Holger. Die Hände sind beweglich, genauso die Arme. Die Füße wiederum sind aus einem Stück gegossen, aber auch beweglich. So, jetzt kommen wir zur Pferdekutsche mit zwei Pferden und einer Beipackfigur. 122 Teile für 5,99. Wie alle Sets, wurde auch dieses vom TÜV Rheinland abgenommen und zertifiziert. Mal sehen einige aus dem TüV Rheinland drei Auch hier wieder mit ausführlicher Aufbauanleitung. Die Aufkleber habe ich nicht alle angebracht, weil viele wieder über mehrere Bauelemente gehen. Ich lasse die weg, dass später meine Paten-Kids die Bauelemente leichter zerlegen können. Also ich persönlich finde, dass die Kutsche sehr gut gelungen ist. Guckt es euch mal genauer an, ihr werdet begeistert sein. Die beiden Pferde sind unbeweglich. Ja, das weiße Pferd hebt sich vom weißen Hintergrund natürlich sehr gut ab. Thomas, da hast du echt mitgedacht. Jetzt kommen wir aber zum Highlight dieses Sets, die Kutsche. Der Kutschbock mit den beiden Kutschenleuchten. Die Seitenansicht der Kutsche, die kleine Leiter und hier kann man auch öffnen zum Einsteigen. Wirklich sehr schön gemacht. Da haben die Mädels bestimmt ihre Freude dran. Auf den Bauelementen, die die Räder bilden, habe ich die Aufkleber angebracht. Naja, manche nicht ganz gerade, sehe ich gerade. An der Bauelementen mit den Kutsche. In der Bauelementen, der Kutschenleuchte. Kommen wir nun zur Beipackfigur. Auch hier ist wieder ein einzelnes Display beigepackt, wo man die Figur wunderschön präsentieren kann. Also mir persönlich gefällt die Kutsche sehr gut. Was sagt ihr dazu? Jetzt noch ein sehr schönes Playset. So Sammlerfreunde, ich hoffe euch hat die heutige Sendung gefallen und es war halt mal ganz interessant zu sehen, was alles in den letzten zwei Jahren so übrig geblieben ist. Es ist halt immer wieder interessant, man verfilmt etwas und dann sieht man, dass man es nicht verwenden kann. Für eine Sendung reicht es nicht und da habe ich mir gedacht, nehmen wir einfach mal ein paar Sachen raus und ich zeige es euch. Da gab es doch kuriose andere Sachen. Irgendwo habe ich auch mal die Stargate-Figuren verfilmt, da habe ich auch zwei Stück rumliegen. Ja, das muss ich auch irgendwo eingelagert haben. Irgendwann schneide ich euch mal eine ganze Sendung zusammen mit Material, das wir nie verwendet haben. Oh je, aus den letzten 14 Jahren. Ich hoffe, euch hat die heutige Sendung gefallen und das bleibt noch zusammengebrecht. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Fantastic, Torhüse Merchandise, Das kam der Retropper in der Videothek, der Typ mit der Schimanski-Jacke, der an den 80ern hängen geblieben ist. Viel Spaß beim Sammeln.